Köln Sie trägt ein Nachthemd und hat ein Seil um den Bauch. Ich glaube, einen Unfall können wir ausschließen. Ja, sie wurde offenbar mit einem Gewicht beschwert. Ja, das Gewicht hat sich von dem Seil gelöst und deswegen ist der Leichnam aufgetaucht. Ja, die Kollegen suchen ja gerade den Grund des Sees ab. Vielleicht finden sie das Gewicht oder wenigstens irgendwas, was uns Aufschluss darüber geben könnte, was hier passiert ist. Kannst du schon sagen, ob sie ertrunken ist oder ob sie bereits tot ins Wasser geschmissen wurde? Nein, das kann ich dir leider erst nach der Obduktion sagen. Aber was ich erwähnen möchte, ist, so wie es aussieht, wurde sie vor ihrem Tod misshandelt. Ja, wegen dieser ganzen Verletzungen hier. Na ja, es sind sogar Brandwunden und unter den Fingernägeln keine Verletzungen. Also so, als wäre sie gefoltert worden. Gefoltert? Mhm. Michael? Ja? Wir haben da was am Grund gefunden. Das Gewicht? Nein, noch eine Leiche. Ja. Sorry, dass ich zu spät bin. Ich war ja eigentlich schon im Wochenende. Ja, ich weiß. Tut mir auch leid, dass wir dich zurückgeholt haben. Aber wir haben insgesamt drei Leichen im See gefunden. Da können wir jede Hilfe gebrauchen. Ja, ist schon gut. Bist du denn schon mit allen drei Leichen durch, Doc? Ja, ich hatte gute Helfer. Alleine hätte ich das tatsächlich nicht geschafft. Bei den Leichen handelte es sich um eine Frau und zwei Männer. Alle hatten Seile um den Bauch, an denen Gewichte befestigt waren. Die beiden Männer lagen noch auf dem Grund des Sees. Tja, also die Frau trug ein Nachthemd, der eine Mann ein Pyjama und der andere Mann normale Alltagskleidung. Und wie lange lagen die im See? Etwa zwei Tage. Wobei der Mann in der normalen Kleidung ungefähr einen halben Tag länger im Wasser gelegen haben muss. Bei allen Personen habe ich Wasser in den Mägen gefunden und die Lungen waren aufgebläht. Das bedeutet, Todesursache ist ertrinken. Das heißt natürlich auch, dass sie lebendig ins Wasser geworfen wurden. Das ist ja grausam. Ja, und das kommt noch dicker. Tja, also wie es aussieht, wurden alle Personen vor ihrem Tod gefoltert. So muss man es wohl sagen. Sie weisen alle Verletzungen unter ihren Fingernägeln auf. Hier, die stammen wahrscheinlich von Zahnstochern, die unter die Nägel geschoben wurden. Dann Brandverletzungen am Körper, vermutlich von Zigaretten. Und am ganzen Körper Hautabschürfungen und Hämatome. Und es gibt keine Hinweise auf den Täter oder die Täter? Nein, gleich ein langes, langes Wasser. Da konnte ich keine fremde DNA mehr sicherstellen. Am See wurde auch nichts gefunden. Gerrit hat mit einem Zeugen gesprochen. Er meinte, da kommt kaum jemand vorbei. Wäre die Frau nicht aufgetaucht, hätte man die Leichen vielleicht gar nicht oder erst viel später gefunden. Und es ist nicht bekannt, wer die Toten sind? Bisher nicht. Also, die Fingerabdrücke sind nicht verwertbar. Aber ich habe die DNA-Muster mal ins Labor gegeben. Vielleicht bringt der Abgleich mit der Datenbank was. Robert und Gerrit. Da gehen gerade die ganzen Vermisstenfälle durch. Aber das kann auch dauern. Wir sollten die Toten mal fotografieren und eine Öffentlichkeitsfeindung starten. Vielleicht kennst du ja jemanden. Schön, dass Sie sich gemeldet haben. So schnell haben wir gar nicht damit gerechnet. Das war jetzt auch ein Zufall. Ich war am Bahnhof und habe gesehen, wie ein Polizist den Zettel mit den Fotos aufgehängt hat. Und Sie sind ganz sicher, dass zwei dieser Personen Ihre Nachbarn sind? Ja, das sind Sonja und Christian Schmidt. Die sind hier vor ein paar Wochen eingezogen und haben wohl vorher ein paar Jahre in Kanada gewohnt. Und Sie kennen die beiden gut? Nicht wirklich, aber die waren mir sehr sympathisch. Wissen Sie, was das Ehepaar beruflich gemacht hat? Die waren in der Möbelbranche bei Fix Möbelwelt oder so. Sagen Sie mal, ist Ihnen in letzter Zeit hier irgendetwas seltsam vorgekommen? Ähm, nein. Nur, dass ich die jetzt seit zwei Tagen nicht gesehen habe. Normalerweise haben wir uns täglich gesehen und Hallo gesagt und sowas. Und wann genau haben Sie Ihre Nachbarn zuletzt gesehen? Das war Dienstagabend, so kurz nach sechs. Da habe ich Müll rausgetragen und da sind die wohl von der Arbeit gekommen. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Gut, vielen Dank. Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Wenn wir noch Fragen haben, dann melden wir uns bei Ihnen hier. Wir gucken mal, wie wir da reinkommen. Ich habe auch nichts. Nur die Pässe. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und damit meine ich nicht die aufgebrochene Tür. Und was denkst du? Naja, es ist alles so unpersönlich hier. Überhaupt keine persönlichen Gegenstände. Stimmt. Anders als haben Sie auch erst seit zwei Wochen hier gewohnt. Ja, aber die Wohnung ist komplett möbliert. Ja? Und wenn du umziehst, dann nimmst du doch auch deine persönlichen Sachen mit, oder? Normalerweise ja. Fotos, Unterlagen, Briefe etc. Ja, und hier? Alles leer. Schränke, Regale, alles leer. Nichts. Als wenn hier nie jemand gewohnt hätte. Lass uns mal oben nachsehen. Ja, fangen wir ins Schlafzimmer an. Immerhin hatten die beiden noch Schlafbekleidung an, als wir sie gefunden haben. Hier wurden die beiden vermutlich im Schlaf überrascht. Und wahrscheinlich waren es mehrere Täter. So muss es gewesen sein. Hier ist Blut. Blut. Dann wurden die beiden vermutlich auch hier gefoltert. Hier im Schlafzimmer. Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Aber warum das Ganze? Der Tresor steht offen und der ist leer. Vermutlich ging es den Tätern um den Inhalt. Tja, den dürften sie auch bekommen haben. Ja, aber wenn wir die Täter gekriegt haben, wonach sie gesucht haben, wieso haben sie die beiden dann an den See gebracht? Nur weil sie gehofft haben, dass man sie nicht mehr findet? Aber dann hätte ich doch hier auch alle Spuren beseitigt. Vielleicht eine Rachetat, irgendwas Persönliches? Die Spurensicherung soll ja alles mal gründlich auf den Kopf stellen. Und wir fahren in die Möbelfirma an, der das Ehepaar gearbeitet hat. Vielleicht bringt die uns weiter. Ja, und erzähl, habt ihr was rausgefunden? Weder der Chef noch die Angestellten konnten viel über das Ehepaar sagen. Die hatten wenig Kontakt mit den anderen Mitarbeitern. Auch sonst haben die sehr zurückgezogen gelebt. Der Einzige, der was sagen konnte, war der Nachbar. Super. Läuft ja richtig rund. Die Kollegen von der Spurensicherung haben im Haus nämlich auch noch nichts gefunden. Und wir haben nicht die geringste Ahnung, in welchem Zusammenhang das Ehepaar mit der anderen Leiche steht. Das ist nicht viel. Kollegen, ich habe Neuigkeiten. Die Pässe von dem Ehepaar sind gefälscht. Was? Was? Die haben hier anscheinend unter falscher Identität gelebt. Aber das ist noch nicht alles. Wir wissen jetzt auch, wer der unbekannte Tote ist. Erzähl. Ein gewisser Jens Meier. Seine Freundin hat ihn bereits identifiziert. Er wurde seit Mittwoch vermisst. Wir waren erst seit vier Monaten zusammen. Ich habe ihn im Urlaub in Schottland kennengelernt. Er hat eine Zeit lang gelebt und ist dann wegen mir wieder mit nach Deutschland gekommen. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Das war am Dienstagmorgen. Eigentlich waren wir am Abend verabredet. Er ist nicht gekommen. Sein Handy war seitdem aus. Haben Sie zusammen gewohnt? Nein. Aber zu Hause war er auch nicht. Ich habe angerufen und geklingelt. Nichts. Können Sie uns ein bisschen was über Ihren Freund erzählen? Hat er Probleme? Eigentlich weiß ich gar nicht viel über Jens. Wir kannten uns ja auch noch nicht lange. Aber er war ein freundlicher, geselliger Mensch. Was meinen Sie mit gesellig? Er ist gerne ausgewiesen. Hat viel gepokert und war oft im Casino. Ich habe mir deswegen schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Man hört ja so viel über Spielsüchtige. Na und? Na ja. Er hat mich immer beruhigen können. Das ist sein einziges Laster, hat er gesagt. Frau Winter, erstmal vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Der Kollege wird Sie rausbringen. André, machst du das? Wir melden uns wieder bei Ihnen, ja? Wiedersehen. Das Labor hat sich bei uns gemeldet. Die DNA von Ihrem Freund ist bei uns gespeichert. Der Typ ist vorbestraft. Und jetzt kommt's. Hier. Ihr Freund. Der heißt gar nicht Jens Mayer. Der heißt Fritz Geller. Dann hat er genau wie das Ehepaar eine falsche Identität angenommen. So sieht's aus. Er war damals in einem Überfall beteiligt. Auf eines der größten Casinos in Deutschland. Ach. Ja, ich erinnere mich. Ja. Da wurden mehrere Millionen Euro erweitet. Vier, um genau zu sein. Ja, und was hat dieser Fritz Geller damit zu tun? Geller war damals der Sicherheitschef von dem Casino und ist direkt nach dem Überfall verschwunden. Alle drei Opfer waren im Ausland. Alle drei sind zurückgekommen nach Deutschland. Haben hier unter falscher Identität gelebt. Und alle drei wurden auf die gleiche Art und Weise umgebracht. Die müssen sich gekannt haben. Die müssen sich umgebracht haben.